Heute ist Nikolaustag und wir gehen jetzt zum Hamburger Hauptbahnhof und verteilen Äpfel an die Flüchtlinge. Jetzt sind wir gerade hier noch auf unserem Weg im Jogi-Wald. Jetzt haben wir mit dem Bus, mit der Bahn. Und dann treffen wir in Volksdorf Renate und zu zweit werden wir dann die Äpfel verteilen und die Flüchtlinge am Nikolaustag etwas erfreuen. Jetzt fahren wir mit der Bahn. Das ist der Rucksack mit den Äpfeln. Da sind 100 Äpfel drin. Hier sieht man die Äpfel. Und hier sieht man mich in der Bahn. Und einen Äpfel habe ich schon einer Mutter geschenkt, einer ausländischen Mutter. Die hat sich sehr... So, das ist der Nikolaus, wie er U-Bahn fährt. Genau. Jetzt müsste ich gerne, ob ich die Mütze aufsetzen. Der Nikolaus hat seine Mütze mit auf. Ach, die Mütze. Die Mütze sieht nicht aus, ja. Sehr schön. Und das hier ist der Hamburger Hauptbahnhof. Hier flüchten sowieso die Menschen durch die Gegend. Alle flüchten vor irgendwas, vor Weihnachten, vor der Einsamkeit oder vor dem IS. Und der Nikolaus Nils verteilt Äpfel. Es sind aber kaum Flüchtlinge da. Ja. Ja, ja. Jetzt sind wir mal ein bisschen tiefer, sonst kann ich dich gar nicht sehen dabei. Ja, so, das war die große Abhilferteilaktion am Hauptbahnhof. Und hier sehen wir die Flüchtlinge stehen, die Zelte, aber es ist deutlich, dass hier die Flüchtlinge langsam weniger werden. Und vor zwei Wochen waren es noch sehr viel mehr. Und hier sieht man nochmal mich, jetzt ohne Mütze. Ja, wunderbar. Genau, alle zusammen, das ist glücklich. Genau, so, das ist das genau, das so. Vielen Dank.